So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Season von Smackdown Here comes the pain, ich habe jetzt mal die Ingame Musik ausgemacht und dafür die Playlist von Smackdown vs. Raw 2005 geladen, weil ich die Musik doch lieber mag und da mir gerade einfällt, dass ich das hier noch verändern wollte von Analytikus hier mit den Defaults und so weiter, welches soll ich jetzt machen? So, damit ich es auch nicht vergesse, einen Moment So, ich habe eben das Format ein bisschen vergrößert So, Appearance war das, ne? Nein, Quatsch Profile Äh, Ringname Default So Nickname werde ich Ja, glaub mein Nickname ist das, was da immer angesagt wird Ähm 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 Wie nennen wir denn? Anal Punkt Tja Ah Oh, no Anal Jot Anal 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 K Anal K Ähm Ähm Habe jetzt Space gemacht? Nein Space Ähm Ein großes Carb Anal K Ähm Symbol Ich hätte gerne einen Punkt Und Decision So, das sollte jetzt so hin, hoffentlich Decision Also save and exit, alles klar Ja Und dann machen wir auch mit der Season weiter, ey Mal gucken, ob ich das noch alles so hinbekomme Wenn ich mir das vorstelle Aber schon eine Weile nicht mehr, hier kannst du Paying spielen Aber es ist ja eigentlich nicht groß anders, ähm, im Gegensatz zu, was es möchte, was zu Raw 2005 Das heißt, ähm, wir gehen auf Season Und, ähm, machen weiter Stop-Programm Mal gucken Ja, da will ich ja immer die Da war selber streiten, Entschuldigung, bin ich ein bisschen, bisschen verschnupft Aber, pfff Die sollen doch nicht sterben, so Und OK has just arrived in the arena That's a nice car, JR Heroes in style Äh, John Cena Now, that's a nice car Top of the line, no doubt But it doesn't come anywhere close to mind Und mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe ein Safe State gesetzt Aber, ähm, ich werde es trotzdem jetzt spielen Ignore him Äh, OK OK Also, ja, ich habe, glaube ich, ein Safe State gesetzt bei irgendeinem Match anschein OK Ja, das weiß ich noch Hat ich Lita gewählt? Ich glaube, ich bin Lita 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 Weiß ich auch, wie ich denn damals gewonnen hatte Schon so lange her, dass ich aufgenommen habe Ja Hiltern mientras erhören Oh, die hört ja auch die ganze Musik uns auf Wie sieht es überhaupt aus? Waren wir Champion oder sowas? Profile Titelinfone Woaaatt Ah, wiren, geil Toll Kevin Nash ist hier noch, lol Machen wir mal mit Start Das kann sein, dass ich das gemacht habe Ich weiß es nicht Skippen Und play Disqualifikation ist aus, alles klar Achso, ein Entrance ausschalten Ist egal Fick dich Weg damit So, jetzt starte ich mal Komm Ich will wrestlen Auf geht's So Machen wir mal Ich glaube es ist ein bisschen laut Kann das sein Einen Moment Machen wir eben Das ein bisschen leiser Also den Emulator Auf 7 So, ich muss mal die ganzen Attacken hier durchgehen Und Oh Irgendwie ist es ganz schön ungewohnt mit der Musik hier Hier kann es ein Fernsehspiel Und Und zack Gucken ob es hier ausgeht mit dem Fake Irish Whip Das geht Das ist doch wunderbar Das ist ein bisschen komisch, dass das ein bisschen laggy ist und das Sound nicht Also Also Ihr wisst schon Die Musik Aber hier konnten die echt so viel Das ist ja Ich spiele mittlerweile Legend auf Jetzt möchte ich noch ein bisschen rum Und da konnten die nicht mal so viel wie die hier auch normal Also ich gehe jetzt erstmal hier raus Und hol die Entschuld Alles klar So So Oh Zack Und gekonnt Machen wir mal Ey Ist doch schlecht Normal Geht doch Backbreaker Das geht doch Jetzt haben wir hier einen Stuhl Und warten bis er aufsteht Bam 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 Und machen wir einen Finish Oh Guillotine ist right Und dann machen wir Last right Yeah Back to bed Back to bed Hey So lange bist du dran Nämlich jetzt Nämlich jetzt Boop Ey ich hab mich nicht rein Und einmal noch ein Whip hinterher Er funktioniert hier nicht Der Mann ist da Ja ne sondern in der Frische Das fängt mir allein Ist doch Und ich bin der Mann Und ich bin der Mann Und der Weg hoch oder wir warten dass er aufsteht oder doch im stuhl einfach steh auf danke sagt 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 und dann machen wir teuer geboten und zwar jetzt und hoffentlich kommt engel nicht rein wo du ja wohl weiterhin champions respekt sehr cool ja 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 hier hört man die liga wenigstens mal ganz und werden nicht Das stimmt nicht und er braucht, ne? Das Rating didn't mean so much damage, yo. Ist hier noch was? Nö. Skippen und... Auf geht er. Wieder ein bisschen Money. Und was passiert jetzt? Subprogramm natürlich. So. Können wir irgendwas machen? Ah. Ja, mit Vince McMahon, vielleicht hat er uns eine Chance abzubieten oder so. You need to see me about something. Something I want to fight. Ach so. Oh, begegen ihm wieder eine Fähne? Ah, hau. Ah, dann macht er die Stimme. Das ist so für den Arschkriecher, also... Oh, there's something wrong with the Mesh. Stephanie booked you for you? Just who do you think you are? When did I ask you for opinion about the match card? Don't blame me for not having a match tonight. You should know the reason why you don't. I need to work harder and why is that? You know. I know you were smarter than you look. And that's why I'm not going to fire you. Alright, Analytikos? If you want to be in a match, you have to develop ruthless aggression. Continue to work on that. Anyway, I'm a very busy man. This decision is close. Oh, we have to get the Superstar Punkt. And what is with the other one here? Okay, not anymore. All right, but... GM Room? However, who has the title for us? No title matches. Okay. Match! We're a little lonely now. Skip! 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 End. Nächste Woche. Es ist doch keine Super-Shows oder so. Wie heute. Wo es macht die Superfass auf der Dings auftreten können ab. Mittlerweile überschneidet sich ja sowieso alle. Auch nix wieder... So wie der Tagt? Oh schon wieder? der so langweilig aber wie volk das klappt der dollar sogar dort die youth the You suck! Das sind die nächsten Mal mit wenn der reinkommt. Und auf geht er komm! Ich bring gleich einen Stuhl rein. Zack! Und... Boom! Nehmen wir uns den Stuhl und einmal rauffauen. Und dann weicht er aus. Nein! Boom! Bro-Kick! Komm! Na scheiße! Mach dein... Äh... Headlock! Zack! Und... Oh! Moon Salt! DDT Takedown! Oder so. Ich könnte jetzt auch... Zack! Powerbomb! Wie schlecht! Ich steh auf! Zack! Ich steh auf! So lobig mir das! Stürb! Kartoffel! Oh! Ich tank... Ah! Der da ist echt nicht. Ich verabschiede! Das tut da gleich bei ihm! Der da ist weg! Ich schaff es doch! Der da ist sehr gelesen schon! Das finde ich es nicht! Der da ist weg! Der da ist weg! finden. Nein! Oh fuck. Gibt ja wohl nicht. Zack, machen wir einen Back-Suplex. So, was wir jetzt machen, wir werden jetzt zu Analytikos gehen und taggen. So, und setzen jetzt den Tower-Hacker-Bompen an. Ich hoffe, dass er sich nicht in den Seil verfängt. Es sieht nicht so aus. Sieht doch so aus. Ich würde sagen, es sieht nicht so aus. Moment. Kurz gehustet.